Servus Leute, es gibt ein neues Event und zwar das Spawnfire bzw. Lagerfeuer Event nenne ich's. Und da spawnen Lagerfeuer auf der Map mit ein paar speziellen Scaps außenrum, die man bekämpfen kann, die auch nachspawnen. Und das sind immer drei Lagerfeuer und wenn man alle drei zusammen anzündet, es geht mit Tracer Munition, das Ganze für eine Minute, die geht nach 30 Sekunden wieder aus. Deswegen ist das alleine ein bisschen schwierig, habe ich noch nicht geschafft. Dann spawnt ein gutmütiger Zraki und droppt ein paar Geschenke. Und es gibt ein paar Quests zu dem Event und ich habe einen meiner ersten Raids, habe ich euch hier zusammengefasst, einfach mal den Fight gegen die Scaps. Und ich muss sagen, mir ging ziemlich die Puni aus und es waren auch noch ein paar TeamCs am Start. Und ja, war auf jeden Fall ein unterhaltsamer Raid und wollte ich euch nicht vorenthalten. Ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch, Twitch.tv.auzitter. Würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment, lasst mal ein Follow da. Hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Jetzt viel Spaß. Hey Winter, danke schön für die 10. Wird investiert, danke für die beste Art des Supports. Danke schön für den 10er und für das Ding, die beste Art des Supports. Kann mich nur wiederholen. Hat nicht geleckt, aber ich weiß nicht, ob der Leck-Trick jetzt mit der Schala funktioniert. Wäre ehrlich zu sein. Hey Jodos, servus. Oh, oh. Sie sind hier. Sie sind hier. Wow. Oh, oh. Gott, warte, 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 warte. Oh man ey Wo sind die scheiß Feuer Oh mein Gott Nee das gibt wenig XP Oh man ey Ich weiß nicht mehr wo die scheiß Feuer sind Schaffst du das jetzt da mal drüber Endlich Endlich Zaraus dankeschön für die 15 Euro Danke für den fetten Support Weiß nicht zu schätzen Beste Art des Supports Danke dafür Meine Fresse ich hab viel zu wenig Ammo Ei 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 Self Special Agent Sorry für dich gerade ne Dankeschön für die ganze Donos Leute Absolut krasser Support Die arme Schauerskenntlich Geschaffst du da Fantasia Lernen durch Schmerz Ich will nochmal hier ein paar Ersatzmagazine finden In einem von denen Was haben wir hier Was kleines Ach die Waffen sind alle kaputt ne Ah deswegen machen die die alle kaputt Deswegen Die krieg ich auf jeden Fall wieder Deswegen kann ich die nicht mitnehmen Servus Special Agent Dankeschön für 5 gegiftete 350 insgesamt Danke für den fetten Support Moment Ersatz Ammo Money Oh shit Danke für die Ersatz Ammo Danke für die Ersatz Ammo Sagt nicht es war Carrie Die ich da erschossen hab beim rüberspringen Eieieieiei Sehr herz Vielen Dank für den Follow Willkommen Ähm So Wir müssen jetzt hier mal Den Boomstar anzünden Das ist der Plan Okay Hier ist jetzt ein bisschen Ruhe Ist es hier drin Okay Auf jeden Fall ein bisschen Reload Ammo Das Problem ist Dass sich hier die Mechs überschneiden Muss ich ein bisschen aufpassen Scheiße die ich hier hab Ich weiß nicht wo die Bonfire sind Hey Smile Servus Zartfisch was mit dem Sub Servus Hey wo die rumlaufen Auf der Brücke Okay okay Let's go Let's go Oh boy Wo ist der Rest von denen Lagerfeuer Wir müssen doch hier auch So in der Rest Na komm Ich will alle drei auf einmal Hä wo sind die Reste wie Feuer Ist wie im Krieg Ja auf jeden Fall Ich will erstmal wissen wo die anderen Feuer sind Dass die entzünden kann Ist es bloß eins Kann es sein Ein Feuer okay Ich will alle drei auf jeden Fall Ich will alle drei auf jeden Fall Ich will alle drei auf jeden Fall Oh mein Gott, ey. Und die anderen beiden drüben. Was heißt drüben? Hey, Alex. Servus. Servus. Stimmt's doch, Mann. Oh, shit. Wie vorhin schon beim Crack-Haus. Nee. Feuer brennt. Ich muss das Feuer eine Minute erbrennen halten. Ich muss alle drei Feuer am Brennen halten. Wo sind die restlichen? Einer haben wir ja. So, war es eine Minute, ne? So, ja. Oh, Mann. So, ja. oh mein gott das heißt ich kann das jetzt gar nicht machen bringt mir gar nichts wenn ich das feuer am laufen halt ich 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 glaube wir können gehen hier ist das falsche weg drin ganz schlecht ich muss raus hier ich muss raus hier das hilft nix fluten kann ich jetzt auch nicht 15 schuss max ja das funktioniert nur in der gruppe wahrscheinlich was ist schlacht hier holy moly einmal einmal komplett die haltbarkeit ja 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 Nimm das. Ich muss hier ganz dringend raus, das hilft nix. Ich bin sowas von leer und ich hab hier... Oh man, oh man, oh man. Einfach alles naden, ja. Keine Ahnung, was ich da gemacht hab. Aber ich glaube, wir gehen jetzt nochmal. So, wir haben noch hier ein volles Magazin. Okay. 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 Okay, die schießt. Okay. Okay. Ich muss halt nicht looten und so weiter nicht anfangen. Okay. Okay. Einmal 1000 Schuss CBJ durchgelassen und extrem viel gelootet. Okay. Passt. Kann man das Event solo knicken? Ich weiß es nicht. Wenn man weiß, wenn man schnell ist, könnte es schon gehen. So. Viel XP war es nicht. Mal sehen, wie viele Kills. Naja, 34 Kills, ne? 34 Kills. Ähm. GG an der Stelle. Und I've been counting days to get away, to see you again, see you again. Been fighting ways to get away, to see you again, see you again.